Warte, warst du ein Supporter? Guck mal! Nein, nicht das, Alter, ich mach das Falsche! Ich kann auch einen Nike-Bot machen, aber das ist wegen den anderen Streams das bisschen... Ja, ja, alles gut, alles gut! Nein, nein, ich mach den Link einfach so, Mann, alles gut! Hallo, wir waren, wie gehst du, Mann? Das hier! So, guck mal, das ist der Link! Bitte... Hallo, kannst du mal aufhören, in meinen Chat zu spammen? Rundoladen und kommen... Hallo! Wo gehen wir hin? Abgefahren! Soll du dann an der Horta, meine blauen Augen, woher? Ohhhh! 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 Ohhhh, Rico, Digga! Der Rico wird richtig am Arsch sein, Digga! Warum? Desto langer ich ihn vermisse, desto... Desto langer ich ihn vermisse, desto... Desto langer ich ihn vermisse, desto länger... Desto länger ist die Umarmung und wird gedrückt mehr! Das ist schon auf... 10 Kilometer die Stunde! Neue, neue, neue Weg erfunden! Neue, neue Weg erfunden! Ah! Er sagt, hä, aber er wird auf sein Leben nicht klarkommen! Nein, er drückt mich aus wie... 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 Wie Quetschis! Er ist aber schuld! Nein, ich würde ihn so umarmen! Oh mein Gott! Ich hab nix! Ich liebe den, Alter! So süß! Der Grund, endlich ein Sinn... Eigentlich ein Sinn... Schwul zu sein, Alter! Ohaah! 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 Was er sagt? I don't know! Ich wusste das... Wie ihr gekuschelt habt beim Shisha-Rauchen, ihr blöden Pisser, dass da echt geht! Ich glaub, Sebi wird's gar nicht erlauben, sowas! Was... Er wird sagen, verpiss dich mal! Hahaha! Meinst du? Just a little bit gang! Just a little bit gang! Ich bin immer so, weil ich damals sehr wenig Freunde hatte, weißt du? Deswegen... Wenn ich so Freunde hab, dann umarme ich sie noch mehr! Mhm! Oha! Das Ding ist immer so! Wenn man Freunde hat, hat man Freunde! Du hast Freunde! Nee, ich hab keine Freunde! Ähm... Ich hab auch keine Freunde! Und wir hatten noch nie Freunde! Ich brauch keine Freunde! Ich war nur der Mobbing-König, der alles gesagt hat, mach das, mach das! Mehr nicht! Wegen YouTube, Alter! Wegen YouTube-Kanal! Amo runterladen! Das freut mich, Winston! Ich bin... Ah, da kommen noch ne Spiele! Du kannst da mit jedem... Ähm... Also du kannst da mit jeder Rasse dort farmen! Nicht zum Beispiel fahren mit Charmi! Das soll dann ja... Ähm... Und wenn du Fragen hast, dann schreib mir einfach Discord oder so! Ja... Ja... Ach... War ne Malle-Spiel! Du kannst apropos in der 100-Level-130er-Farm-Map leveln! Äh... Bzw. farmen! Und dann gibst du mir die Items, weil dann kriegst du ne Belohnung eventuell! Das... 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 Äh... Ich brauch auch ein Teresor-Raum, damit ich meine Sniper modifizieren kann! Was ist ein Teresor-Raum? Irgendjemand hat die Boah, mein Aim ist so gut geworden Nein, hier, allgemein Guck mal, ich treff alles Ich kann das Video dann schauen Alle finischen, Alter Nix, Alter Nix, Alter Ähm, Sebi Im Busch, im Busch ist da einer Ne, der ist schon down jetzt Lass, schießt jemand Ja, sie läuft durch den Busch und sieht ihn nicht im Busch Oh, Halle, Halle war doch dort Das ist ein Bot, warum soll ich mich da drum streiten Mach mal nachruhen Das war kein Bot Das war doch ein Bot, so schlecht wie der war Ja, du bist ja auch schlecht Oh, es geht doch Hey, Halle, bist du morgen dabei? Wo? Äh, ich hab, äh, morgens ist Arda dabei, Marvin dabei Ich hab den Livestream gekauft Mach mal warum kaputt Ich hab den Livestream gekauft, will zur Boxkampf mitgucken Manuelsen gegen Bilsen Du hast dir was gekauft? Den Stream Welchen Stream? Äh, wo Manuelsen kämpft doch morgen Gegen Bilsen mal wieder Ja, ich guck mir diese Wichser nicht an Ja, das ist ja das Lustige Die soll auf die Fresse kriegen Äh, und eigentlich anders, meine Namen nicht So lustig Denkst du mich juckt, was die WiiWare gewinnt, oder was? Beide schwul Da verwechselst du mich, glaub ich, wenn's Ich dachte, die können beide nicht boxen Ja, beides WiiWare eben, scheiß Das, die sollen einfach nicht nur auf die Fresse und mehr nicht Ja, gehen, wir müssen aussteigen Steig raus Out, explodiert Hier Guck, ich bring die zum Brennen, diese Hunde Boah, Junge, was passiert hier, Alter? Hab die Sniper-Muni, meine Backe Ja Jedes Mal, wenn ein Sieg kommt, muss ich Titten anfassen Hallo, steig da rein Hab ich zu mich verstanden? Muss aufpassen Komm mir nicht an mit Tittwiii Wenn ein Sieg kommt, muss ich immer Titten anfassen Ja, anfassen, aber nicht, ist wie grad Also, halt deine Fresse, bevor du redest, Diga Bevor ich dir an der Klatsche Katze hasst mich ja schon deswegen Wie ist das, diese Mutti? StayFuck Steig nach vorne Da, 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 da Weg mit dir Einer, Snog Snog Alles von Rico gelernt, Diga Zack, 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 Zack Amadiene, was wir sehen Hepsin ist die Kette, man amadiene RICO, DIGGA Mein Lieblings Lieblings How up they are Wie ficken die Halle Was, was, dein Lieblings, was, dein Lieblings Mein Lieblings-Managers Du bist so deinen Lieblings-Lehrer Ich küsse dein Herz Mein Lieblings-Bessereund Man liebt links nur, weil ich es weiß. Eventuell nicht. Ja, ich brauch das. Hier vorne ist ein Gegner. Boah, bei einem Balle drin ist ich. Und dann noch Rico. Siege die Bixen. Alter, warum vergisst du mich immer? Ich rede dir so oft deinen scheiß Arsch. Das einzige was du reden kannst, ist vorne. Warum Arsch? Gehörst du in den Knast? Da sind zu viele Gegner jetzt, aufpassen. Da vorne. Ja, Wichser. Er hat uns eh gesehen. Die verpissen sich da hoch. Wir haben O's sind auch Gegner. Versteckt nun mal euch. Versteckt euch, versteckt euch. Versteckt euch, versteckt euch. Das ist zu viel grad, die sind oben High-O-Ground, die Wichser. Ballerst du eine Idee? Wwe? Ich habe leider keine Visier auf meiner Seite, deswegen sonst hätte ich die alle natürlich genommen. Das wäre ja kein Problem gewesen, aber das müssen wir auf jeden Fall wichsen. Da oben ist das Auto. Da oben ist das Scheiß drauf. Da oben ist das Scheiß drauf. Nein. Doch. Habt ihr Leben für mich? Grünes? Grünes, ja, hab ich. Ja. Ja. Er sagt grünes, sagen wir nur. Hier. Wir haben genug, Digga. Wie machen wir das? Ich brauche Visier. Ja. Habt ihr blaue Leben eine für mich? Ja. Habt ihr Visier? Hey, wir gehen lieber weg. Wir ziehen uns zurück, Digga. Ich brauche Sniper. Richtig, Digga. Wir holen dir jetzt seine Sniper. Alles gut. Jemand hat mich bei Mishima angeschrieben, aber ich kann nicht antworten. Dann denken die wieder, ich bin arrogant. Ja, das war ich, weil ich habe jetzt rausgrüniert. Achso. Ich habe immer Angst, dass die Leute denken, ich bin arrogant. Hm. Ich habe es rausgefunden, wie man den Namen, den Namen von Items ja ff. Wenn dann kann es funktionieren doch. Ja. Wie gesagt, ich habe es auch hier in den Chat reingeschrieben. Ey, in den Rufklats sogar. Häh? Durch den Push-Durch-Balle. Ich habe jetzt da in den Rufklats geschrieben, Nvidia RTX 4070.di. Ja. Und weil da drauf liegt die Yu-Gi-Oh! Karte. Hier liegt viele Loots. Danke. Boah, Junge. A-ah. Wie das in den Rufklats jetzt abgeht. Warum? Was los? Ah, ja, in den Rufklats habe ich erst mal die Yu-Gi-Oh! Card reingepostet und hab den Namen zu Nvidia RTX 470 Ti geändert. Und wie geht das gerade so einen ab? hat jemand sniper mit visieren nein er sollte besser wird zu meiner haben die sogar lila aber keine will ding diese kack visier zu meinen chance tschüss ich muss mich selber karen ein schwanz ist schutzschild besser als blaue leben schutzschild wie blaue leben du wirst dann ganz viel claim aber das gar kein problem du wirst dich dafür nicht mal schämen danach willst du runter und zwar mein emblem meine sniper packt meine sniper kann ich nicht mehr nehmen hallo hallo ich pack drum als spiel ja dann halt nicht alter nervt mich das wieder ich kann nicht nehmen guck ja ich pack drum irgendwie dreck was er redet immer noch mit hasen zahnen glanzszene wenn ich sein leben fick wenn ich will ich bin jemand gegner in vorne also in 333 meter ca hey wieso kann ich es zu mir machen oh hallo bist du so kinder müssen manchmal echt kann nichts machen gerade wir haben gelöhm gelöhm waha warum läufst du so weit vor peach es ist da du schmarrn hast du konntest du so lange ja meine guck du bist besser wenn du bist in der mutter meine deck du hast immer noch gut für dich du hast immer noch gut für dich ja dann wollen wir lieber warten der geht alleine hin digg ich geh nicht mehr ah hier ist jemand hier hier ja was ist das ganaten fährt bis durch auf dach pass auf die am sniper rechts hola belissa rechts hier ist auch noch einer der ist schon tot auch jenke rechts oder rechts was machst du rechts ja die hinter dir boah stark jenke jenke hat einfach keine shotgun Naja, fünf Leute auf Chank. Ja, Wodok, was soll ich machen, Wodok? Hau ab, wenn du kannst. Das sind zu viele. Der andere kommt und geht auch auf dich. Hä? Ja, ich wunde ja, mein Name.